Kostenkontrolle bei der Entfernung von Weisheitszarnänen, Europa VS Ta ein Viertler Kai Die Entfernung der Weisheitszarnähe ist Fa ein Viertel eher viele Menschen eine unvermeidliche und oft kostspielige Erfahrung. In Europa sind die Kosten Fa ein Viertel eher diesen Eingriff in der Regel hoch, insbesondere in Laendern wie Deutschland, A, Sterreich oder der Schweiz. Viele Menschen suchen daher nach Kosten gar ein Viertel in stigeren Alternativen im Ausland, wobei die Ta ein Viertler Kai als beliebtes Ziel gilt. Aber wie genau unterscheiden sich die Kosten Fa ein Viertel eher die Entfernung von Weisheitszarnänen in Europa und der Ta ein Viertler Kai? In Europa kann in die Kosten Fa ein Viertel eher die Entfernung der Weisheitszarnähe je nach Land und individuellem Fall variieren. In Deutschland liegen die Kosten Fa ein Viertel eher diesen Eingriff durchschnittlich zwischen 200 und 800 Euro pro Zahn, abhängig von der Komplexität des Eingriffs und der Art der Anästhesie. In A, Sterreich und der Schweiz sind die Preise ahinnlich hoch, wobei sie oft noch herher liegen kann in. In der Ta ein Viertler Kai hingegen sind die Kosten Fa ein Viertel eher die Entfernung der Weisheitszarnähe in der Regel deutlich geeinviertlenstiger. Im Durchschnitt liegen die Preise hier zwischen 100 und 400 Euro pro Zahn, was eine erhebliche Ersparnis im Vergleich zu den europäischen Preisen bedeutet. Diese Preisdifferenz ist vor allem auf die niedrigeren Lebenshaltungskosten und Lohnkosten in der Ta ein Viertler Kai zu Ra ein Viertel, Schufa ein Viertel Hren. Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Kosten Fa ein Viertel eher die Entfernung der Weisheitszarnähe beeinflussen kann, ist die Qualität der medizinischen Versorgung. In Europa gibt es strenge Qualitätsstandards und Regularien, die sicherstellen, dass die Patienten eine hochwertige und sichere Behandlung erhalten. Die spiegelt sich oft auch in den Haheren Kosten wider. In der Ta ein Viertler Kai hingegen gibt es ebenfalls qualifizierte A-Ärzte und moderne medizinische Einrichtungen, die diesen Standards entsprechen. Viele Zahnerärzte in der Ta ein Viertler Kai haben auch eine spezielle Ausbildung im Bereich der Oralchirurgie und Werfe ein Viertelgen A ein Viertel B er umfangreiche Erfahrung auf diesem Gebiet. Ein weiterer Grund, warum viele Menschen sich Fa ein Viertel eher die Entfernung ihrer Weisheitszarnähe in der Ta ein Viertler Kai entscheiden, ist die Tatsache, dass sie den Eingriff mit einem Urlaub verbinden kann ihn. Die Ta ein Viertler Kai ist ein beliebtes Reiseziel mit Janin Straden, historischen Sehenswahr ein Viertler Dichkeiten und einer reichen Kultur. Viele Kliniken bieten daher auch spezielle Pakete Fa ein Viertel eher Patienten an, die eine Zahnbehandlung mit einem Urlaub kombinieren matchten. Dies macht die Reise in die Ta ein Viertler Kai Fa ein Viertel eher viele Menschen attraktiv, da sie so nicht nur ihre Gesundheit verbessern, sondern auch gleichzeitig entspannen kann ihn. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Reisekosten und der Zeitaufwand Fa ein Viertel eher einen Zahnarztbesuch in der Ta ein Viertler Kai nicht vernachlässigt werden sollten. Je nachdem, wo sie in Europa leben, kann in die Flug- und Unterkunftkosten Fa ein Viertel eher eine Reise in die Ta ein Viertel Kai recht hoch sein. Zudem erfordert die Behandlung einer professionellen Nachsorge und maglicherweise weitere Besuche beim Zahnarzt, um sicherzustellen, dass der Heilungsprozess gut werlauft. Dies sollte bei der Entscheidung Fa ein Viertel eher eine Behandlung im Ausland unbedingt Bera ein Viertel gesichtigt werden. Letztendlich HNGT die Wahl zwischen einer Weisheitszahnentfernung in Europa oder der Ta ein Viertler Kai von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Kosten, die Qualität der medizinischen Versorgung und die persanlichen Vorlieben des Patienten. Es ist ratsam, sich vorab GA ein Viertel endlich A ein Viertel BER die verschiedenen Optionen zu informieren und sich gegebenenfalls von mehreren Zahnärzten beraten zu lassen, um die beste Entscheidung Fa ein Viertel eher ihre individuelle Situation zu treffen. Insgesamt kann gesagt werden, dass die Ta ein Viertler Kai eine attraktive Option Fa ein Viertel eher die Entfernung der Weisheitszahnie ist, insbesondere Fa ein Viertel eher Menschen, die eine hochwertige Behandlung zu gar ein Viertel in stigeren Preisen suchen. Durch die Kombination von qualifizierten A-Ärzten, modernen Einrichtungen und attraktiven Reisemaglichkeiten bietet die Ta ein Viertler Kai eine interessante Alternative zur Zahnbehandlung in Europa.